hinunterrutschen. Vorsicht! Vorsicht! Achtung! Vorsicht! Hier gibt es eine gewisse Atmosphäre. Die müssen zu den hässlichen Cousins der Harvester gehören. Ich glaube nicht, dass sie uns besonders mögen. Das sind die Kräfte von den Siegern. Das ist die Kräfte von dem Siegern. Das ist die Kräfte von den Siegern. Hey, Marno! Sie haben das Kraftfeld deaktiviert. Hinter ihn! Vorsicht! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tja, jetzt wissen Sie, dass wir hier sind. Bleiben Sie hinten! Bleiben Sie! Das müssen die Kontrollen für die Peripherieverteidigung sein. Ich habe noch nie zuvor Technologie wie diese hier gesehen. Ich kann das Verteidigungssystem von hier aus nicht deaktivieren. Warten Sie eine Sekunde, ich glaube ich kann... Ja, ich kann eine Endlosschleife laufen lassen, eine Simulation der aktuellen Sensorendaten. So werden die aktuellen Bewegungen des Schiffes extrapoliert. Die Zielcomputer denken also, dass alle Schiffe normal treiben. Richtig. Wenn die Verstärkung kommt, werden Ihre Zielcomputer sie nicht sehen. Gut mitgedacht, Shell. Monroe an Voyager. Das Verteidigungsgitter ist deaktiviert. Sie sollten also in der Lage sein, die Verstärkungen am Andockbereich zu treffen. Aber Sie beeilen sich besser. Wir stoßen hier auf ziemlichen Widerstand. Verstanden. Wir werden so bald wie möglich da sein. Versuchen Sie inzwischen herauszufinden, wo sich der zentrale Hauptschacht der Forge befindet. Unsere Scans zeigen an, dass er zu dem Energiedämpfungsfeldgenerator führt. Verstanden. Monroe Ende. In Ordnung. Verschwinden wir, bevor noch mehr von diesen... Dingern hier auftauchen. Wir können die Verstärkung auf einer der unteren Ebenen treffen. Okay, ich habe den Ausgang hier aufgeschlossen. Los! Was ist das? WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH Hey, das ist meine nausikanische Ringertrophäe. Na gut, jetzt werde ich es Ihnen zeigen. Beruhigen Sie sich! 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 Beruhigen Sie sich!